Du hast nun einen Server betreten, wer diesen kriegt, damit ihr euer eigenes Soundpack habt, das zeige ich euch in diesem Video. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Gameplay und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Soundpack erstellt. Dafür braucht ihr diese drei Programme, äh zwei Programme, also ich dachte jetzt, äh, ja, also zwei Programme. Einfach Audacity und natürlich Teamspeak. Ähm, ihr, also hier, das sind jetzt die Aufnahmen, nur so nebenbei. Ihr müsst einmal mit Audacity eure Tonspur, äh, erstellen, wie jetzt zum Beispiel hier diese, die können wir jetzt so lange ablaufen lassen. Müsst ihr einfach die, die Tonspur über, äh, Audacity abspielen. Du hast den Server nun verlassen. Genau, äh, wir testen das heute mit dem, äh, so verlassen, wo er eigentlich kommt, ähm, das Connected kommt eigentlich normalerweise. Und wir machen daraus, du hast den Server verlassen. So, einmal haben wir jetzt hier Teamspeak, da machen wir, äh, darauf machen wir, äh, rechtsklick und gehen dann einmal auf Dateipfad öffnen. Ähm, ihr könnt natürlich auch, das, das hat sich jetzt auf dem Bild schon, äh, einmal unter, ähm, ab der Prozent, ab der Prozent, lokal Teamspeak 3, da findet ihr das Ganze auch. Dann geht ihr hier einmal auf Sound und genau jetzt würde ich euch empfehlen, ähm, einmal das hier zu benutzen, falls ihr das benutzt, äh, dann müsst ihr hier einmal das Ganze kopieren und ich erkläre euch gleich warum. Äh, kopiert ihr das Ganze und fügt es dann hier nochmal ein. Äh, ihr müsst es einfach machen dafür aus Sicherheitsgründen theoretisch, weil, ähm, ja, ja, also ihr müsst es, ähm, aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen damit, falls da was stieflaufen, wirklich, also falls da wirklich was stieflaufen sollte, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, damit ihr ein Backup von, ähm, jetzt singen die Fold Soundpack habt. Äh, ja, und ihr müsst natürlich nachher, das werde ich vielleicht auch noch zeigen, ja, ich werde es zeigen, äh, müsst ihr dann natürlich auf dieses Soundpack hier umschalten stellen. So, jetzt gehen wir hier nochmal Doppelklick drauf und dann sehen wir hier die ganzen, ähm, die ganzen, ähm, Dateien jeweils. Wir haben hier auch eine Settings-Datei, die müssen wir nachher auch noch ein bisschen umschreiben, äh, das machen wir dann auch nachher. Und wir müssen jetzt einmal kurz gucken, ja, wir müssen hier einmal das Test-Server verlassen. Müssen wir jetzt umbenennen in, ähm, ähm, Disconnected. Und, ähm, falls ihr, äh, das nicht abstreiben wollt, weil da jetzt so lang ein Name zum Beispiel ist, dann könnt ihr einfach hier auf Eigenschaften und, ähm, das Ganze dann hier, äh, auswählen. Steuerung C und, äh, das Ganze hier umbenennen dann und macht dann dort Steuerung V. So, dann müsst ihr nur noch diese Datei, jetzt wird es vielleicht ein bisschen eng, müsst ihr die ganze Datei hier nur noch reinziehen. Dann müsst ihr einmal verschieben und ersetzen. Wir haben ja jetzt unser, äh, Backup, deshalb ist es völlig egal. Einfach verschieben und ersetzen. Wie gesagt, falls es dann schiefläuft, äh, könnt ihr ja dann immer noch das alte Best-Houndpack wieder reinziehen. Äh, wir haben jetzt hier schon das alles eigentlich gemacht. Disconnected-Datei, die können wir uns jetzt auch anhören. Du hast den Server nun verlassen. Genau, wir haben den Server nicht verlassen, da wir hier in der jeweiligen Konfix sind. Äh, falls ihr dann wirklich... Diesen Test-Server, also wie, ihr habt denn jetzt eure Datei 1, 2, 3. Äh, und habt keinen Bock wirklich das umzunennen. Dann könnt ihr auch einfach hier rein, das ist ein bisschen kompliziert. Und dann müsst ihr einmal, äh, das Ganze suchen und zwar das Disconnected. Und anstatt dem Disconnected, äh, schreibt ihr dann, ähm, ja genau. Hier müsst ihr dann, ja, dann müsstet ihr hier, äh, Moment, Steuerung C, damit ich es sich hab. Falls eure Datei jetzt, äh, 1, 2, 3 heißt, dann müsst ihr 1, 2, 3 hier reinschreiben. Ihr müsst davor immer gucken, was da steht, Connected, Disconnected, genau. Steht da jetzt in dem Fall davor und, ähm, da müsst ihr einfach hier in dieser Datei das umschreiben. Und nicht speichern, ja. Aber das wollte ich nicht, egal. Äh, dann müsst ihr einfach noch Teamspeak öffnen. Falls ihr das Soundpack noch nicht drin habt, das ist die Folgen Mail. Das ist das männliche oder so, keine Ahnung, ach, ich weiß nicht. Äh, könnt ihr das hier jeweils schließen. Und solange öffnet sich hier gerade schon Teamspeak, wenn es mal vielleicht schneller gehen würde, habt ihr hier jeweils Teamspeak. Und dann geht ihr dann einfach auf euren Server, in dem Fall in der Ludus-Server. Das sind gerade drei Leute, glaube ich, drauf. Ähm, wenn ihr mal Bock habt, das ist das, was ich schon davor gemacht habe. Und, äh, falls ihr wirklich mal mit ihm reden wollt, dann könntet ihr hier einmal auf den Gaming-Ludus-TS. Hier ist gerade der Ludus-Ziger. Und, äh, das sind noch zwei andere. Auf jeden Fall, falls ihr mal mit mir reden wollt, dann könnt ihr natürlich darauf schreunen. Ähm, die IP-Geld-Ludus-Punkt-Volz-Server.me. Äh, dann geht ihr hier jeweils auf Einstellung, Optionen. Äh, das lädt jetzt bei mir, weil ich gerade aufnehmen mit zwei Programmen. Das seht ihr auch hier unten. Also, ähm, ja, wegen dem einen aufnehmen. Das hier ist Audacity. Ähm, ist eine, ein kostenloses Programm. Einfach unterladen, Team Audacity. Einfach googeln, ich weiß gerade nicht, äh, die Adresse, Link, keine Ahnung. Äh, müsst ihr einfach hier suchen und downloaden, dann könnt ihr eure Ton schon jeweils aufnehmen. Äh, ich nehme das jetzt gerade dieses halt Video, die, oder, dieses Video halt gerade auf. Dann ziehen wir das gleich mal wieder weg, falls es funktionieren würde. Wow, what's here los? Äh, ja. Genau, jetzt hängt es uns da drüben. Äh, genau, dann müsst ihr einmal hier dieses Mal, ey. Äh, also die Fold Soundpack mal, äh, drei machen, und dann verlassen. Okay, dann müsst ihr das natürlich noch alles, äh, speichern. Also, haltig. Hm. Ja, äh, vielleicht müsst ihr dann manchmal den, äh, PC neu starten. Oder sonstiges. Äh, auf jeden Fall funktioniert es meistens, und... Wenn nicht, dann müsst ihr einfach die Datei noch ein paar Mal reinkopieren und versetzen. Also, nach einer Zeit funktioniert das aber, weil, ihr habt ja gesehen, mein Soundpack funktioniert auch beim Connecten. Und in dem Fall hat es jetzt nicht funktioniert, aber das, äh, ich denke mal, ihr habt das gutes Vertrauen. Das funktioniert auf jeden Fall, äh, hat ja bei mir auch funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt viel Zeit, und ciao. Äh, jetzt hier noch einmal kurz vor dem Absporn möchte ich noch was sagen für die, äh, die meinen LFS Let's Play auf meinem Kanal auch gucken. Äh, es kommen letzte Zeit einfach keine Videos, weil ich hab keine Zeit wegen Schule und so Zeugs. Also, ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis, und ich hab ja, wie gesagt, ihr habt es jetzt gesehen, das Video. Ich versuche immer, Videos zu machen, das ist jetzt ein etwas kleineres Video. Ähm, ja. Und, falls ich wieder Zeit hab, und mal Zeit dazu finde, dann nehm ich das mal auf, und dann nehm ich, wo produziere ich das, also rendere ich das mal dann. Und dann lade ich es irgendwann mal hoch, wie das Video jetzt hier. Aber, das hab ich jetzt vor einer Woche zum Beispiel aufgenommen, und werd's übermorgen hochladen, zum Beispiel. Ja, ähm, dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt wir sein, und ciao. So, jetzt sind wir schon im Endscreen eingelangt. Ich geb euch jetzt einfach ein paar Informationen über Links und so. Ja, fangen wir mal bei Teams Week an. GameLudus.wo, also punkt mir. Twitter ist at GamePLP, Instagram hab ich's nicht. Skype könnt ihr mich unter GamePLP finden. Ludus.YouTube.com slash LudusMC. Perfect Craft, ähm, müsst ihr einfach googlen, die hat noch keine URL. Ikodesign, wenn wir YouTube kommen, slash der Ikodesign. Ich, GamePLP und mein Reals, 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 Reals. Vielen Dank ihr seid, und ciao.